So, haben wir die Tsunami fahren lassen. Leider wenig Wind. Machen wir mal einen kleinen Rundkommen. Das Schiff circa 1,50 Meter und 20 Kilo Verdrängung. Der Rumpf ist französisch Nussbaum, drei Millimeter stark. Das Deck drei Millimeter Ahorn, Leibhölzer, alles Mahagoni. Dieses Boot haben wir schon bei Windstärke 6, 7 fahren lassen. Hat überhaupt keine Probleme gehabt. Es geht durch, wie ein Pfeil. Kein Problem, bei 20 Kilo Verdrängung. Die Seereling ist steckbar. Tsunami. Das Schiff ist mittlerweile 15 Jahre alt. Aber man sieht es ihm nicht an. Die Seerelinge istưỡbeste. So, Rumpf wird screwed. Wir gucken jetzt. тix. Also, wir müssen die Aufmerksamkeit der Zemer wirklich sehrcesso,